Willkommen bei Aktien im Fokus mit einem US-Wert, der eigentlich gar kein reiner US-Wert ist, sondern ein chinesischer Wert, aber an der Nasdaq heiß gehandelt wird. Die Alibaba Group ist heute wieder das Thema nach Geschäftszahlen und nach dem Wachstum, der vor allem im KI-Sektor herrscht. Schauen wir drauf zusammen mit dem Roland Jägen nach dem Intro. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, die Alibaba Group, die haben wir ja öfters mal im Programm, weil es da auch ständig die News gibt und weil die Aktie auch in unserer Community sehr oft nachgefragt wird. Ja, ganz genau. Von daher updaten wir die regelmäßig eigentlich nach den Quartalszahlen und auch in der letzten Woche wurden hier neue Zahlen vermeldet. Und daher schauen wir heute nochmal auf eines der weltweit größten Technologie- und letztendlich E-Commerce-Unternehmen, weil das ist weiterhin sicherlich der Kernbereich. Ja, bei E-Commerce denkt man immer, dass Privatmenschen etwas kaufen, aber bei Alibaba ist es nochmal ein bisschen umfänglicher, denn das ist auch ein großer B2B-Konzern, der dann quasi anderen Händlern eine Plattform gibt, um ihre Produkte wiederum anzubieten. Das wollen wir eingangs natürlich auch noch mit festhalten. Ja, ganz genau. Es sind extrem viele Produkte dort gelistet, also nicht nur von Alibaba selbst, sondern letztendlich auf einem Marktplatz von sehr, sehr vielen Herstellern und Anbietern. Mehr als 200 Millionen Produkte werden da gelistet. Hier sieht man auch von mehr als 200.000 Anbietern letztendlich und das Ganze in mehr als 5.900 Kategorien und in mehr als 200 Ländern ist man letztendlich unterwegs. Ja, natürlich kann man auch als Privatperson bestellen. Das sieht alles ähnlich aus wie Amazon und andere Konkurrenten auf die Peer Group. Kommen wir noch zu sprechen. Zuvor nochmal zur Auffrischung ein paar Fakten zur Unternehmensgeschichte. Er wurde erst 1999 gegründet, das Unternehmen tatsächlich von jemandem, der gar nicht aus der Internetbranche stammte, von einem Englischlehrer. Ja, das war der bekannte Jack Ma und der hat dann auch das ein oder andere Risikokapital eingesammelt. Initial von der Softbank, 20 Millionen und danach kam auch Yahoo als großer Investor hier mit einer Milliarde hinzu. Ja, und das Wachstum ging sehr, sehr rasant vonstatten, sodass er zwischenzeitlich auch der reichste Chinese war und seine Fühler über die Landesgrenzen hinweg ausstreckte. Zum Beispiel mit dem Listing an der Nasdaq und so weiter in New York und dann erst in London. Und das war einigen auch so ein bisschen ein Dorn im Auge. Also diese Internalisierungsstrategie, die Jack Ma hier federführend gefahren hat, die wurde dann letzten Endes von China selbst wieder eingebremst. Ja, das wurde nicht so gern gesehen in China, dass er sich so weltoffen gezeigt hat. Es gab auch ein Kartellverfahren dann letztendlich und seit 2020 ist er dann auch nicht mehr der CEO des Unternehmens. Genau, trotzdem, Alibaba hat breit diversifiziert schon von Anfang an, also mit Retail-Strukturen, mit Marketing-Plattformen und so weiter. Um das Ganze hier nochmal ins Bild zu rücken, haben wir diese neun großen Kernbeteiligungen ins Bild gerückt und natürlich auch die Peer-Grube, wie versprochen. Und da konkurriert man international tatsächlich mit einer Mercado Libre oder einer Amazon. Ja, ganz genau. Und ja, man hat sehr, sehr viele Geschäftszweige. Du hast es gerade gezeigt, gerade das Cloud-Business ist sehr, sehr wichtig. Da steht man natürlich auch in Konkurrenz dann zu Amazon Web Services oder zu Google Cloud etc. Man hat einige Zahlungsdienstleister, der bekannteste ist sicherlich hier dann auch dieses System, was mit AliExpress ins System gerufen worden ist, auch als Logistik-Dienstleister. Von daher ist man breit aufgestellt und versucht sich auch in allen Kernbereichen hier zu etablieren. Genau, Alipay ist ja schon vorinstalliert quasi auf vielen Smartphones. Wenn ich so meine chinesischen Kontakte mal befrage, die machen alles aus dem Chat raus und zahlen alles mit Alipay, wenn es denn geht. Und schauen dann international natürlich auch immer sehr freudestrahlend auf die Konkurrenz, weil Alibaba viel, viel besser bewertet ist, beziehungsweise, was heißt besser, es hat ein niedrigeres KGV und man erwartet einfach auch viel mehr von Alibaba, weil die ersten Jahre so senkrecht durch die Decke gingen. Ja, ganz genau. Man ist vom KGV her recht günstig in Anführungszeichen bewertet im Vergleich zur Branche. Von daher erwarten viele einiges von der Alibaba und die Aktie hat zuletzt auch immer sehr, sehr volatil auf die ein oder andere News reagiert. Wenn der Kurs aber nicht reagiert, dann wird die Bewertung ja sogar noch günstiger. Die KGV-Schätzung historischer Art haben wir mal hier weiter fortgesetzt und das dürfte dann 2026, 2027 sogar bei dem KGV von 10 landen. Also vielleicht steigt aber der Kurs in der Zwischenzeit auch, denn das Unternehmen ist sehr rentabel. Ja, sehr rentabel. Das ist sehr, sehr positiv, muss man ganz klar so sagen. Das schon über die letzten Jahre und das scheint sich den Prognosen zufolge auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. Sehr stabile Rentabilitätszahlen, die auch weiteres Wachstum hier signalisieren. Ja und zudem die Zukunftstechnologien. Du hast es schon angesprochen. KI ist ja auch ein Riesenthema. KI-Umsatz mit einem explosiven Wachstum haben wir gesehen. Es gibt auch Meldungen dazu, zum Beispiel die KI-Suchmaschine. Die hat schon bei den ersten Testläufen bei einigen Kunden gezeigt, dass bis zu 40 Prozent mehr Bestellungen abgesetzt werden, wenn die KI beim Bestellvorgang mithilft. Ja, das ist sehr, sehr von Vorteil, das Ganze dann effizienter zu gestalten und auch bei seinem Logistikdienstleister arbeitet man schon mit der KI, um da auch die Prozesse zu optimieren. Also da denke ich, hat man noch einiges vor in den nächsten Jahren und kann gerade vor dem Hintergrund der künstlichen Intelligenz noch einiges erwarten, um die unterschiedlichsten Geschäftsbereiche da zu optimieren. Das kommt natürlich nicht im Nachtnebel angeflogen, diese neuen Umsätze, sondern da muss man auch was für tun, insbesondere investieren. KI braucht Server-Infrastrukturen, braucht IT-Dienstleistungsnetze letzten Endes und auch die Stromzufuhr. Und deswegen will vielleicht auch Alibaba jetzt diese große Milliardenanleihe platzieren, vor dem Deckmantel des Wachstums auch gleichzeitig ein paar Aktien zurückkaufen. Ich glaube, irgendwann geht es auf eine schöne Übernahme hinaus. Das ist durchaus möglich. Es gab ja auch die unterschiedlichsten Abspaltungspläne schon, die aber dann wieder verworfen worden sind. Also da denke ich, wird auch noch etwas passieren in den nächsten Jahren. Werden wir genau beobachten, aber bis dato gibt es jetzt nichts Neues zu vermelden. Von daher muss man schauen, wie hier es mit Gewinn- und Umsatzwachstum weitergeht. Der Umsatz soll weiter steil anziehen. Mal schauen, ob es der Gewinn schafft, da auch vielleicht diese Wachstumsraten zu erreichen. So sah es zumindest in den letzten Quartalen nicht unbedingt aus. Ja, wir haben die aktuellen Quartalszahlen gleich mal mitgebracht. Und man muss sagen, wie schon geäußert, die Erwartungen waren hoch, konnten nicht auf allen Bereichen übertroffen werden. Bei manchen schon. Hier sind sie im Blick. Ja, insbesondere der Umsatz enttäuschte mit 32,7 Milliarden US-Dollar. Ein Wachstum von 5 Prozent, aber da hatten die Analysten doch mit mehr gerechnet, mit einem Umsatz von mehr als 33 Milliarden US-Dollar. Aber beim Gewinn sah es positiver aus. Letztendlich, da konnte man die Erwartungen auch übertreffen. 2,05 Dollar wurden erwartet, 2,08 Dollar hat man letztendlich ausgewiesen. Also das war sehr, sehr positiv. Der Gesamtumsatz im Cloud-Geschäft, der stieg um 7 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Und es war jetzt in der Tat auch das fünfte Quartal in Folge, in dem die Einnahmen aus dem KI-Geschäft mit einer dreistelligen Wachstumsrate zulegten, was natürlich extrem positiv ist. Ja, und darauf möchte man setzen und man hat auch noch eine andere Art Befreiungsschlag hier vermelden können. Und der Lachcheck mag vielleicht aus dem Hintergrund, er ist ja nicht mehr der CEO, denn die chinesischen Aufsichtsbehörden haben diese Periode mit der dreijährigen Sanierungsphase jetzt abgeschlossen im August 2024. Also jetzt kann man auch international wieder Gas geben. Ja, und das hat man sicherlich auch vor. Hier sieht man die Schätzungen für die Zukunft. Da sieht man weiteres Umsatzwachstum, das prognostiziert wird. Und die Marge soll auch weiterhin leicht ansteigen. Und ja, der Gewinn auch zumindest, was das Nettoergebnis hier anbelangt. Von daher sind wir gespannt, ob diese Ziele dann auch erreicht werden. Ja, die Bilanzdaten auch nochmal ins Blickfeld gerückt. Und natürlich die aktuellen Einstufungen der Analysten, die tatsächlich auch wieder Kaufinteresse zeigen und die weiterhin dominantes Kaufinteresse in der Zusammenfassung liefern. Ja, sehr, sehr viele kaufen Ratings beziehungsweise aufstocken Empfehlungen. Ja, mit höheren Kurszielen, die haben wir zum Teil ja auch schon in diesem Jahr gesehen. Die Aktie kam jetzt stark zurück um mehr als 20 Prozent von den Jahreshochs. Aber es gibt durchaus viele weitere positive Empfehlungen und Erwartungen. Ein Thema, das müssen wir auch mit erwähnen, ist natürlich noch die politische Unsicherheit. Donald Trump und Herr Xi werden vielleicht Freunde, vielleicht auch nicht. Also das weiß man alles nicht. Im Januar, wenn Donald Trump ins US-Weiße Haus einzieht, dann hat man wahrscheinlich auch Fakten geschaffen. Ja, da darf man wirklich gespannt sein, wie sich Donald Trump dann letztendlich gegenüber China positioniert. Ob er mehr Stärke auf die Abschottung setzt, was natürlich nicht gut wäre für die Internationalisierung von chinesischen Unternehmen, insbesondere von der Alibaba oder ob es da doch gewisse Kooperationen und Ähnliches gibt. Da ist man wirklich gespannt. Insgesamt hat man in den letzten Wochen doch große Mittelabflüsse gesehen aus chinesischen Investitionen. Das muss man ganz klar so sagen, auch wenn man sich die großen Ponds anschaut. Hat vielleicht sogar die US-Wahl schon dazu geführt, dass hier wirklich großflächig Kapital aus China abgezogen worden ist. Vielleicht auch die Angst vor Donald Trump. Und daher ist das sicherlich eines der wichtigsten Punkte, die wir dann Anfang des nächsten Jahres beobachten werden, wie da die Positionierung und Aufstellung aussieht. Ja, wie die Positionierung im Aktienchart aussieht in Richtung Unterstützung, Widerstände, das bringen wir natürlich auch mit an. Und dafür hast du schon das Free Stocks Tool stattklar gemacht. Ja, schauen wir uns zunächst die Aktie hier im langfristigen Wochenchart an. Und da sieht man, seit den Allzeithochs 2020 gab es einen mehrjährigen Abwärtstrend, muss man sagen. Und jetzt sind wir eigentlich immer noch in der Seitwärtskonsolidierungsrange seit zwei Jahren. Die Aktie ist ja kürzlich im September angesprungen, kommt jetzt zurück. Von daher im großen Wochenchart sieht es durchaus spannend aus. Also wir sind jetzt im Bereich des 20-, 30- und 40-Wochendurchschnitts, gleichbedeutend mit dem 100-, 150- und 200-Tage-Durchschnitt, wenn man dann, also vor diesem Hintergrund durchaus potenzielle Einstiegsmöglichkeiten sehr langfristiger Natur auf dem aktuellen Niveau. Von den Jahreshochs, die wir hier Anfang Oktober gesehen haben, nach dem sprunghaften Anstieg im September, kam die Aktie jetzt aber auch wieder sehr, sehr stark zurück. Nach den Zahlen kämpft sie jetzt hier mit dem 100-Tage-Durchschnitt und den alten Hochs aus dem Mai diesen Jahres. Gestern konnte sich die Aktie stabilisieren. Heute sehen wir vorbeirschlich schon wieder Druck in der Aktie. Also man würde sich wünschen, dass es hier zu einer Umkehr kommt, wenn man hier auf einen Kauf spekulieren möchte in der Aktie, weil unter 87 Dollar besteht dann einfach die Gefahr, dass der 200-Tage-Durchschnitt vielleicht hier im Bereich von 82 Dollar nochmal getestet werden könnte. Von daher vielleicht eher abwarten, bis die Aktie sich nochmal über 90, 91 Dollar behaupten kann. Dann ist vielleicht der Weg im ersten Zuge frei bis in den Bereich von 98 beziehungsweise 100 Dollar der runden Marke. Und darüber wäre dann auch der Aufwärtstrend intakt, weil das muss man sagen, der 50 liegt über dem 100- und 200-Tage-Durchschnitt alle aufwärts gerichtet. Das heißt, wir sind tendenziell im Aufwärtstrend, auch wenn der Pullback doch jetzt tiefer ausgefallen ist, als es sich der ein oder andere Trader hier gewünscht hätte. Aber durchaus eine spannende Aktie auf dem aktuellen Niveau, die wir in den nächsten Tagen und Wochen auch weiter beobachten werden. Und vielleicht gibt es dann doch hier Einstiegsmöglichkeiten, wer weiterhin auch auf chinesische Aktien mit dem entsprechenden Risiko setzen möchte. Jetzt kommt ja auch das Weihnachtsgeschäft noch auf die Welte zu, auch wenn das chinesische Neujahrsfest an einem anderen Datum ist als in Europa und in Amerika. Und Black Friday ist natürlich auch ein Thema in China. Ist auch ein großes Thema, von daher wird das letzte Quartal sicherlich hier auch wichtig werden. und dann auch die Quartalszahlen des letzten Quartals des aktuellen Jahres. Und da werden wir sicherlich die Aktie dann auch nochmal hier ins Blickfeld rücken. Sehr gerne. Ich freue mich drauf. Erstmal danke für die Berichterstattung. Bis bald, Roland Jägen. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.